Es ist ein Spruch, über den manche offenbar lachen können. Lieber Gott, letztes Jahr hast du meinen Lieblings-Rockstar Tina Turner zu dir gerufen, meine Lieblings-Skifacherin Rosi Mittermeier und vor kurzem erst meinen Lieblingsfußballer Franz Beckenbauer. Meine Lieblingspolitiker sind Robert Habeck, Annalena Baerbock und Ricarda Lang, ach und Olaf Scholz. Ihm dürfte das Lachen vergangen sein. Frank Bommert, stellvertretender CDU-Landes- und Fraktionschef. Nachdem der Post in seinem WhatsApp-Status stand, ist die Empörung groß. Da hat ein Mensch einem anderen Menschen den Tod gewünscht, damit ist jede Grenze überschritten. Todeswünsche, sage ich jetzt mal, selbst wenn es auf eine sehr seltsame Art und Weise humoristisch gemeint ist, zu veröffentlichen. Dazu trägt man eben bei, dass diese öffentliche Stimmung weiter aufgeheizt wird. Bommert ist die Sache mittlerweile offenbar peinlich. Der Post war falsch, ich habe ihn selber nicht gesetzt, aber es ist natürlich, dass es vielleicht einige Leute angegriffen hat. Das tut mir wirklich leid und ich möchte niemandem, dass irgendjemand irgendwas Böses geschieht oder so. Wie der Post in seinen WhatsApp-Status kam, verrät Bommert nicht. Eine Person aus seiner Familie soll Zugriff auf sein Konto gehabt haben. Diese Mausgerutscht-Geschichte, die hatten wir ja auch schon bei der AfD leider als Thema. Das kann ich eben nicht abkaufen. Dann sollte man wenigstens so ehrlich sein und sagen, ich habe einen blöden Humor und habe mir dabei nichts gedacht. Der Eintrag ist mittlerweile gelöscht. Aus Sicht von CDU-Landeschef Jan Rehtmann ist die Sache damit erledigt. Für seinen Koalitionspartner nicht ganz. Wir stellen aber schon auch fest, dass bei der CDU solche Entgleisungen zunehmen. Und deswegen erwarten wir vom Fraktionsvorsitzenden, vom Parteivorsitzenden, dann Rehtmann auch, dass er solche Fälle in den Griff bekommt, weil weitere Entgleisungen wird sich die CDU nicht leisten können. Als politischen Klimasünder aber will Bommert sich dann doch nicht hinstellen lassen. Nehmen Sie mal Helmut Kohl immer, wenn man gesagt hat, die Birne oder so. Also sein ganzes Leben musste der damit kämpfen. Trotzdem, wie gesagt, manche Sachen gehen vielleicht zu weit. Sollte man nicht machen. Ich glaube aber nicht, dass es das Klima vergiftet hat. Und wenn ich sehe die Gespräche, die ich heute mit der SPD eingeführt habe, da habe ich nicht das Gefühl, dass dort irgendjemand sich angegriffen fühlt. Wer Zugriff auf sein Konto hat, das will Bommert jetzt ganz genau im Blick behalten.